Ja, schon wieder. Diesmal hat es sich anders angefühlt. Ja, wieder. Ganz anders. Das war meine Kindheit. Ihre Kindheit. Meine. Deine Kindheit. So, das habe ich nicht erwartet. Wahrscheinlich ist das eine weitere Nebenwirkung des Rituals. Des Rituals! Magie! Oh Mann. Das Mädchen. Das warst du. Ja, die Klappen gehört. Ich kann nicht mehr. Okay, nochmal. Ja, die Glocken gehörten. Oh Mann, wie kleine Kinder, Alter. Das gibt es doch nicht. Du hast gerade zuges... Wie er meine... Wie er meine... Ach so, Mutter. Oh Gott, Alter. Ich kann nicht mehr... Okay. Seid voll traurig und wir lachen voll. Nicht geweiht aus den Reihen. Warte, Kaios. Nein, das war lange vor der Kaios. Diese Länder werden seit Menschengedenken von Lichtbruderschaften angegriffen. Taiharo, Saigosen, Kaios. Eine folgte andere. Wir haben sie immer zurückgeschlagen. Bis zu dem Tag, an dem Kaios auftauchte. Ja, Miko. Letztendlich sind alle gleich. Gnadenlose Mörder. Abgeburte schlechter von Jungen alt gleichermaßen. Ja, Miko. Ach, tut mir leid. Dieser Schrein wurde zu Ehren meiner Eltern errichtet. Ihre Leichne hat nie jemand gefunden. Diese Männer, diese Mörder, haben keine Stücke von ihnen übrig gelassen. Nichts. Außer den Glocken. Nein. Diese Erinnerung. Ich habe die Angst gefühlt und den Schmerz. Es tut mir so leid für dich, Yamiko. Oh Gott. Was? Danke, Ragami. Wir müssen weiter. Trag die Glocken. Trag die Glocken wie ein Ei am Breiv. Es dürfen dir nützlich sein. Gut, aber ich gebe sie dir zurück, wenn ich dich fängse. Ich kann nicht mehr. Was ist das für geile Dialoge, Alter? Ich sterbe. Du sitzt im Meningas mit Möpsen, oder was? Oh, geil. Herrlich. Alter. So, jetzt haben wir Glöckchen. Ich habe... Warum haben die nicht Glöckchen geschrieben, Glocken? Das ist doch nicht... Oh, fuck. Oh, oh. Wer ist das? What the fuck? Ach, jetzt haben wir erst Geräusch machen mit Glocken. Hä, warum ging die schon davor? Das buggt ja. Wir wissen jetzt. Ja, komm. Ich gehe weg. Nein! Also. Doppelkill. Wie lange haben wir beide geht's? Alt. Das war geil. Geiler Shit. Ach. Hä, aber warum konnten wir denn erst jetzt Geräusch machen? Keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir die Glocken, jetzt können wir Geräusch machen. Das war... Das war ein bisschen verpackt. Das war ein bisschen verpackt, dass man das schon früher konnte. Das war ein bisschen verpackt. Ah, ist schon geil. Halt! Bleib zurück! Ey, wird's Tag? Tatsächlich, gell? Nee. Sieht nur kurz so aus. Das wär's aber ne kurze Nacht, du. Wir haben den Tadisman. Gehen wir nur zum Windwindelwald. Nee, wir müssen jetzt noch alle töten. Schlachten töten. Okay. Umlegen. Kaputt machen. Sonst kriegt man die Punkte nicht. Jogi? Ja. Bleib da. Ich hol den. Ob das so ne gute Idee ist. Lichtschwert. Hm. Durch den Holz. Der war böse. Ja, der war nicht... Der war echt böse. Der war nicht lieb, du. Nee. Okay. Rechts von dir? Das sind zwei Stück. Ja, und der links, der sieht es. Der sieht was, ja. Ja, den kann ich auch nicht nehmen. Der ist viel zu weit weg. Oder auch könnte ich sogar. Jetzt treffen die sich auch noch. Auf den Kaffee, oder was? Treffen die sich? Ja. Vielleicht fummeln sie auch in der Ecke. Hm. In der dunklen Ecke. So ein bisschen rumfummeln. Mit einer Schnecke. Hä? Was? Warte, lass mal beobachten noch. Der läuft wieder zurück. Scheiße. Der hat den gesehen. Ja. Ich lass ihn trotzdem verschwinden. Der kommt, oder? Ja. Was? Was? Bleib. Hast du den getötet? Ja, ja. Ja, der wurde dann natürlich entdeckt. Du bist ja lustig. Ja, aber der hat auch gerade gekocht. Aber wie viele das noch sind. Nein, die da lang. Was machst du? Was machst du? Oh nein, jetzt haben sie mich gesehen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nee, ich bin tot. Fuck. Ja. Mich haben sie erwischt. Oh, Digga, was machst du? Gehenslich. Äh? Wieso ist das? Ich hab ne Schriftrolle gefunden. Oh, nee, Alter, jetzt. Dein Ernst. Ja. Oh, Mann. Ich will wieder da sein. Wie viel kommen da? Joa, ich seh einen bis jetzt. Trau den Schatten nicht. Nicht, dicht, 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 dicht. Außerdem kommst du ja gar nicht mehr durch. Hä? Die Tür ist doch... Licht verbarrikadiert, oder nicht? Alles okay. Hä, bei dir nicht? Jetzt, bei mir auch nicht. Du bist verrückt! Du bist doch verrückt! Du bist am Arsch. Aber sowas von. Tschüss! Digga. Was für ein Glückspilz. Ja, ich brauch dich. Ja, spring ins Wasser. Dann komm ich nochmal. Warte mal, ich wasch mich. Wieso stirbt eigentlich ein Schatten im Wasser? Das gibt doch einen sauberen Schatten. Hast du schon mal Schatten? Ja. Ja, warte. Dann können wir da unten lassen. Okay. Die Glocken hast du? Ja. Aber warum hat er mich gesehen? Also das hab ich jetzt nicht kapiert. Ich weiß nicht. Lass es den hier erst wegmachen. Achso. Schon wieder. Ja, okay, komm. Komm. Klingkleckchen. Jetzt. Was machst du denn? Hab ihn. alter dieses gehörst du da hoch das steht im was was keine kranke rocke ja nur manchmal so was dann da oben da können wir drauf das ist im schatten das erste rote tor was nur die schriftrolle gefunden und da in dem roten gang wird der hier gesehen ich könnte den jetzt mit dem fernschuss weg machen wer heißt der hier alter willst du mich verarschen der rote oder ja aber wenn der halt hinten ist ja da ist noch einer glaube ich die sind auch zu zweit ja aber der läuft jetzt nicht hin jetzt könnten ich verschwinden lassen treffen die sich wieder ja dann versucht aber lasst ihn auch verschwinden schon wieder so ein ruckler drinnen ganz komisch manchmal warte mal wenn der nahe genug dran ist dann kann ich den weg machen warte warte mach ihn weg und der ist weg jetzt den anderen den hier wenn der wieder rüber läuft dann kannst du vielleicht mit deinem kuh schuh ricken kuh ricken ja du machst ihn dann weg kuno rai und so ja los ich mach ihn jetzt der staun ja bin schon da da ist noch einer direkt voraus okay musst du nur gucken ob der mich sieht ist schon mühsam alle zu töten wie alle vorbeizuschleichen ne ja nächste medaille kein alarm ungesehen und so und der kommt der hat sein schwert gezogen und sich auf den weg zu gehen aber wohin ja bin doch ganz wo anders er läuft außen rum okay aber umso besser kann ich ihn überraschen genau jetzt das war doch gar nicht oh der hat was gesehen wer hat was gesehen der in der mitte ja ich seh es glaube ich habe keine energie mehr zum pfeil schießen oder ich schon also pfeil nicht aber ich kann ihn auf der gleichen stelle töten okay guck du nur dass der andere nicht zieht ja das sind noch zwei gell hat er hat er was gesehen hat er was gesehen gut perfekt perfekt ne ist nur einer da drüben da drüben meinst du keine energie mehr uh das sind noch drei alter das sind noch drei okay aber auf unserer seite nur noch einer oder auf unserer seite ist nur noch einer aber der wird gesehen ne den kannst du jetzt weg machen ja ich geh jetzt hin ne wo läuft er denn jetzt hey der läuft doch da hinten also für mich ist der hier hm komisch ach du scheiße hm madre polon super